... wieder mal in der Heimat am vergangenen Mittwoch und hier haben wir den neuen Bayern und wir schon mal Victor Boniface, 1'90m groß, muskulös, einer der den Gegnern wehtut. Das ehemalige Chelsea-Profi. Fühlt sich wohl in Leverkusen und jetzt Victor Boniface, der fühlt sich auch wohl, kommt ins Straucheln, was gibt's? Sogar auch noch gut bedient, ja, gab's einen Kontakt, der Franzose, 28 Jahre alt, meist bei Ronald Koeman außen vor. Kann man eigentlich kaum nachvollziehen. Flo Wirtz, und jetzt rollt der Bayern 04-Express. Mit 1 zu 0 hinten, Bayern 04 hat hier richtig Spaß, ist ja durch eine englische Woche hier gegangen. Ein Trainer ist, der da sein Team sehr zweckmäßig ausrichtet, Boniface. Pass zu Frimborg, Frimborg, Adli, Jonas, Hofmann, wunderschön gespielt, das 2 zu 0 für die Werkself. Ich glaube, es war ein Eigentor, oder war da ein Ende? Die Farben Bordeaux-Rot und Hellblau, die sehen wir heute nur. Pellegrini, dem traute man eine attraktivere Spielweise zu, aber der wurde dann 2.000. Boniface, immer anspielbar, hält den Ball gut. Antonio war das eben im Bild, die Nummer 9, aber wir müssen schon wieder auf Viktor Boniface schauen. Der Mann 04-Mannschaft. Und vielen Dank an Sebastian, er gibt mir Glück. Und Viktor Boniface. Viktor Boniface! Was für ein wunderbarer Treffer! 3 zu 0, Bayern 04, spielt hier. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, hat er hier ein Minimum ab Tor beteiligt. Und jetzt, trocken, humorlos, Fabianski. Und Jeremy Frimboch, Boniface, Hofmann. Boniface, links hinten als Stürmer. Anspielbar mit der wunderbaren Seitenverlage. Er wird durchspielen heute, da bin ich ziemlich sicher. Und sofort geht's schon wieder zur Sache. Boniface auf Amin Adli! Nicht mehr und nicht weniger. Hofmann, Palacios, Viktor Boniface. Zum ersten, zweiten, dritten Gespräch mit dem Perfektionisten Xabi Alunzi. Noch ein kleines Stacker. Boniface kann den super verarbeiten, den Ball. Macht da drei Spieler frisch, tankt sich durch. Riesenjubel in der Klasse. Hier ist er wieder, Viktor Boniface. Nicht aufzuhalten mit seiner Robustheit. Ein anderer Gegner auf dem Rasen stehen. Robert Andrich, Viktor Boniface, Viktor Boniface. Jetzt auch noch einen Elfmeter raus. Den kann man geben, schauen wir mal drauf. Ja, mit dem linken Bein, Ball ist freigegeben. Und Robert Andrich zum Pferd. Jetzt Viktor Boniface. Und er hält von Viktor Boniface. Und jetzt Adam Losek in der Partie. Dann geht's wieder, das war er. So 그럼 persönlich fehlt. Komm Untertitelung des ZDF, 2020